Ihr müsst nach hier vorne, nicht nach hier. Uuuuh, schöner Schuss, mein Freund. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Seven Days to Da. So, hocht ne Nacht, wie ihr seht. 21.40, Tag 35. Und zwar, guck mal hier runter. Klingfallen und dieser Hämmer. Die Hämmer hab ich gefunden, Klingfallen hab ich gebaut. Ne, hier auf der Seite auch. Wie gesagt, war looten, hab die gefunden in den Tagen hier. Hier hab ich die Kiste hingestellt. Munition ist drin, ein bisschen was hab ich am Mann. Wir essen doch schnell was. Damit da nicht noch irgendwas passiert. So, warte, sagt Uuuuh. Na, dann müssen wir jetzt gleich die Sekunde soweit sein. Trink noch einen Schluck. Und hier haben wir einen Motor, ne. Zehn Minuten haben wir noch. Hier hab ich nochmal so einen Schalter dazwischen gebaut. Braucht ich jetzt zwar nicht, aber ich hab mir gedacht, hätte ich einen Schalter ab, warum dann nicht. So, und jetzt können die kleinen Schweinchen alle kommen. Und dann wollen wir sie nochmal wegschnetzeln. Sieben Minuten noch. So, wie sieht's hier eigentlich aus? Warte mal, wir nehmen uns schon mal ein bisschen Benzin, ein bisschen viel, so. Dann würde ich sagen, tanken wir hier nochmal schnell. So, alles klar. So viel verbraucht der ja nicht bei so ein paar Sachen, ne, denke ich, ne. So. Und einschalten. Wird sich alles da unten? Nö, muss sich fängt an. Also geht's los. Guckst der an. Hahaha. Oh, jetzt bereue ich mich. Seiderteid. Da, komm, komm, komm. Und sei erst. Ja, hörst du es nicht schnell zu dunden. Hey, was machst du? Spink die gar nicht. Soll ich sterben, Fräulein. Jawohl, das ja da reinrennen, das freut mich. Ja, kommt da hier vorne, hier müsst ihr hin. Kommt. Was seid ihr denn? Ja, lauf einst da rein, ne Idiot. Bam. Junge, weg mit dir. Tschüss. Ach, lad nach. Mach hinne. Hey. Was soll denn das? Ey, er hilft dann hier rum. Hey, geht doch mal zur Tür da vorne. Ich hab das extra gebaut für euch. Kommt mal hier. Kommt doch mal hier. Hier müsst ihr hin. Ja. Ist natürlich doof wegen der Reparatur, ne, aber... Schwund ist immer, ne. Hey, was war das? Jawohl. Sehr geil. Jawohl. Ey, das ist ja besser... Oh, hast du gesehen? Alter, hat den Kopf weggehauen. Hey. Da geht's nicht ran, mein Freund. Für dich geht dasselbe. Ah, ich glaube, diese Runde wird deutlich entspannter. Ich glaube es. Ich weiß es nicht genau, ne. Ist ja immer so eine Sache. Ja, stirb, Fräulein, stirb. So, jetzt muss gar nichts los hier. So, tschüss, tschüss. Ja, lauf einst da rein, Idioten. Ha, ha, ha. Wer läuft da da rum? Frau Floddorchen. Tschüss, Frau Floddorchen. Schick. Ist sie tot? Floddor. Stirb, du Biest. Los, sterb, ihr Idioten. Jawohl. Spring schön da rein. Sehr geil. Jawohl. So, haben wir ihn davor gestellt. Ihr Idioten. Ja, hier, guck dir das an. Ja. Ach, sehr gut. Sehr, sehr gut. Kommt von hinten jemand? Mal gucken, ne. Ist hier jemand? Hallo? Hallo? Bruder. Hirn schnetzeln sie wie die Wilden, ne. Ist aber relativ entspannt. Was ist da da los? Jawohl, schön da rein. Zack. Oh. Da hat es mal kurz gehangen, ne. Hast du gesehen? Alter, Fall doch. Was soll denn das heißen, dass es jetzt rund geht, oder was? Küss. Ist er tot? Jo. Ihr Freunde, sollt ihr euch da drum treiben, ihr Schweine? Ehrlich. Kommt mal mit. Kommt mal alle mit. Kommt hierher. Ne, kommt. Kommt hierher, kommt. Der hier, da geht man auf den Sack, ne. Zack, Junge. Bam, 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 bam. Und jetzt hier, guckt euch an. Jawohl. Jawohl. Hey. Boah, ist er weiter drauf rumgerutscht. Was ist denn da alles los? Ey. Alter, noch so einer. Zack, 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 zack. Alter, jetzt geht's aber noch ab hier. Guck mal hier. Kürbis drum ist da. Ja, ja, liebliche Schweine. Nix da. Ey. Nein, ab. Jawohl. Ist er tot? Ich glaube schon. Der geht jetzt auch drauf hier. Guckst du dir an. Ja, sehr schön. Zack, jetzt ist der Schuss von mir. Ach, herrlich, herrlich. Ich könnte aber einfach sehen, wie er weggepokst hat da. Jawohl. Gut machst du das. Sehr schön. Das freut mich. Immerhin. Ah, hier ist ein gelber Sack. Wunderbar. Achtung. Putsch. Ja, genau so habe ich es mir vorgestellt. Ach, herrlich. Herrlich. Das ist auch eine von Lanz. Das Auto tut schon. Tatsächlich. Oh, das läuft doch richtig geil gerade hier. Sehr, sehr schön. Ja, hier vorne muss ich gucken. Ich weiß, ich weiß. Wo dann? Da kommen wir so. Guck. Da ist auch wieder so ein blauer Beutel. Da, guck mal. Da kommt ja immer noch drauf rum. Stirb, Alter. Yeah, 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 yeah. Hör auf, wie voll zu spucken. Was soll denn da? Das ist eklig. Das ist uncool, mein Freund. Hallo? Oh, na. Theatralischer geht's ja kaum. Weißer oder Dicke hier. Sich kaum bewegen. Aber dann hinten fallen wie die Elfe. Ha, wenn du so ehrlich. Das ist lächerlich. Ja, lauf schön da rein, du Idiot. Oh, die Klingfallen sind Gold wert, ne? Hey, ich hab schon mal gesagt, da gibt's nichts, Frank. Das geht für alle. Ja, zack, zack, zack. Lad nach. Ist halt blöd, dass ich's nicht reparieren kann. Vielleicht muss ich ja hier irgendwie auch nochmal zumachen. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich muss noch mal gucken, wie ich das mache. Boah. Schön. Ui, bam, 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 bam. Ey. Wie war das, Bruder? Wo ist er da, der Dicke? Da ist er. Blöder Hund, der Blöder. Ha, 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 ha. Ja, optimal, ey. Sehr geil. Ah, cool. Ich muss ja unbedingt mehr von den Dingern aufbauen. Unbedingt. Guck dir das an. Ist das ein Träumchen? Hörst du, wie es schnetzelt? Schnetzel, schnetzelt, schnetzelt. Jawohl. Das lobe ich mir. Ich komm halt nur hier dran zum Reparieren. Das ist ziemlich dumm. Aber, gucken wir mal, wenn da irgendwie was, ob mir da was einfällt. Warum bewegt er sich nicht mehr hier? Ich will grad sagen. Was ist denn da schon? Komm mal, dann hier, ich will grad sagen. Weil, ja, ey. Hey, ich will doch mal sein, rumzufrazen, Junge. Was hab ich denn? Das zieht ganz schön was ab, ne? Das gilt für alle hier, ne? Hier drinne gibt's nix. Jeder Bauarbeiter wieder mittendrinne, ne? Ja, du hier und deine ganzen Konsorten. So. Hier vorne müsst ihr hin. Genau. Alter. Hey. Oh, jetzt kommt der hier. Guck mal. Boom, umgehandlascht. Hast du das gesehen? Warte nach. Wie viel Schuss haben wir noch? 193. Das geht doch noch. Sehr schön. Gehen die noch, die Dinger? Solange wir die Fallen noch funktionieren, ist wunderbar, ne? Bam, bam, bam. Oh, hier. Zack. Weg mit euch. Oh, jetzt kommen sie aber langsam, aber sicher hier. Die ganze Körmestruppe hier. Guck. Schon wieder her. Los, das... Jawohl. Und schön. Genau so hab ich sie vorgestellt. Dass dieses Teil, das die Leute hier rinboxt, weißt du? Wieder so ein Bauarbeiter... Bauarbeiter. Oh, hier, der Dicke. Wart nach. Ja, stirb da dran, du dickes... Weg, bam, Junge. Weg mit dir. Tot. Tot. Sehr schön, ey. Ey, du schau dir doch mal. Du bist so. Stierp. Dicker Polizist, was da noch darstellt. Sicherheitsmann, keine Ahnung. Jawohl. Schön weg, Schnitzel, hier. Ey. Jetzt geht es dich auch. Tot. Oh, jetzt kommen wir aber noch mal ein paar, ey. Guck mal da. Und auch, Dicke, wieder mitten da drinnen, hier. Du bist gemein, ja, ja. Zack, zack. Hier, der ist stark, ne? Der Soldat, der ist auch gut, ey. Der hat schon Power. Der Dicke will gar nicht sterben, ey. Das ist er da tot, jo, ist er. Wo ist es jetzt? Ja, das ist echt geil, 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 geil. So macht's Bock, ey. So macht's richtig Spaß. Aber sterben gehört halt hin und wieder auch mal dazu, ne? Huch, die Tür. Die Tür ist einfach kaputt geschossen. Jogi, 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 ey. Was sind sie da? Ah, tschüss. Hier, die ist zu den Schwesterns gerade angelaufen gekommen, hast du gesehen? Alte Biest. Zack. Nach vorne gelaufen. Was ist denn los? Äh, ich bin die Becke, bollert, hä? Dicke. Ist das doch mal Zeit, da irgendwie auf die Entfernung auch mal wegzuschießen, weil du weißt, ja, vorne läuft's relativ gut, ne? Was? Brauchst du Strom? Nö, aber hier ist die da kaum was ab. Ey! Wo soll dann schon wieder los, Dicke? Ja, da, drauf da rumzuspucken, ist es wirklich. Hören Sie auf damit, junger Mann. Oh. Ja, verstirb. Oh. Oh. Was hat das gesehen, Alter? Von da hat er direkt auch immer gekickt. Geil. Das freut mich. Ja, hier. Schnetzel, ihr Kleid. Schnetzel, alles weg. Oh, ja. Uh, richtig getanzt. Ach, herrlich, herrlich. Ach, die Waffe ist kaputt. Aber. Oh, ich habe ja kein Rohr mehr. Ach, was haben wir denn da? Hm. Wo kommt denn das nur her? Echt, ey, das war letzte Runde so bitter. Das war so bitter. Letzte Runde, letzte Runde, letzte Runde nach, meine ich, ne? Ja, hier heilt es auf den Ball, die Dicken, Alter. Es kommt aber auch viele Dicke. Ist da jetzt weg, dann jetzt geschlossen und das Burger King oder das Kentucky-Fight-Chicken? Was ist da los? Ja, ganz fast gut, Menschen hier, gut. So, zack. Tot, tot. Oh, lad nach. Ich hatte, ich habe auch noch Rohrbomben, habe ich die mit hier? Könnte ich auch mal schmeißen. Warte mal. Habe ich denn die mitgenommen oder lichen die noch? Ach, scheiße. Die habe ich lichen gelassen. Ärgerlich. Die lichen da drüben drinnen. Das ist nicht gerade gut. Hätte man nämlich mal welche runtergeschmissen, weißt du? Jetzt geht es aber unten. Tschüss. 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 Tschüss, tschüss. Oh, ihr habt es gesehen, wie er ausgewichen ist, hä? Da hinten ist er schon wieder, guck mal. Oh, ho, 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 ho. Das ist nicht gedreht, Alter. Das ist nicht, Jürgen. Das ist auch, Alter, ehrlich. Oh, hier geht es aber richtig ab, hä? Weil hier vorne, meine Fresse. Von der Seite ist gar nicht so viel Betrieb, das, Mann. Am Anfang, ja, aber jetzt, nix. Aber hier, also, es ist nicht so lange angewiesen. Also, jetzt, keine Munition mehr. Das lässt sich ändern. Los, nimm mal hier sonst der Kuss. Wunderbar, ja, super. Geil, geil, einfach geil. Das ist, echt, das nimmt eine Menge, eine Menge weg. So ein Ding. Oder so ein Führer sind sie ja insgesamt. Guck dir das an. Bam, 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 weg sind sie. Hier, du Dicker. Zack, zack, zack. Und nochmal, bäh, bäh. Jetzt ist er weg. Tschüss. Tschüss. Wunderhand. Das ist doch schnell kannst du manchmal... Ey. Das ist doch schnell kannst du manchmal geil gucken. Oh, ihr guckt, hast du gesehen, wie er aus dem Augenwinkel geguckt hat. Ja. Hat doch nicht geklappt, hä, dein kleineren Versuch. So. Der ist da auch gleich hin. Guck mal, wie er guckt. Oh. Oh, der ist aber stark. Hier drüben noch. Komm, mein Freund. Alter, geil, ey. Wie Uhr, viel Uhr ist es? 1,47. Hier dreht sich alles schön. Ist klar, das war's, hä? Ne? Hä? Da kommen sie. Die habe ich heute Abend, glaube ich, noch geil gesehen hier. Was machst du da hier oben? Mach ich runter. Oh, geil, ey. Geil, geil, geil. Das macht so Bock gerade. Komm, weg, weg. Stirr, mein Freund. Das machst du da hier oben. Tschüss. Immerhin, das ist doch fast alles ganz. Och, die Hunde. Äh, hier, Alter. Läuft einfach da ganz cool drüber. Ja, hier, ey. so und das geschichte die salgern wunderbar all diese aber auch echt frech so dass da noch an ach schöner schoss junge zahl sie ist von der händigen schweinchen wir lassen soll dort sagt autos und ja kannst du einfach sterben ist viel einfacher für alle beteiligten kommt hier vorne hier vorne werde da weggeschnetzel die bleiben kommt doch hier ja kommen wir ihn was eine gekriegt oder eine papp das passiert erst mal schön eine von arsch die alte zack zack ja das ist erschienen geflogen als wir mit dem hund weggekickt hat als witzig mehr ist noch ein hund gibt er immer noch warte ich muss nachladen köpfchen weggebollert wunderbar irgendwo ist noch jemand hallo war hier immer wieder dieser holzfäller leute und ist auch geschichte ja da hoch so ein bisschen tot also richtig was los ist die ganze nacht betrieb hier und bleibt da unten macht es nicht schwerer wie es sein muss so vor allem tschüss bauarbeiter wir sind alles herrichten ach gott sei dank guck mal da aus der faszinie zweimal die waffe durch ja das boxen ja und noch mal boxen doch wo sind die hunde also schuss aber auch einiges an munition durch ja wunderbar hier ist dann irgendwo jemand der hier ist noch da ist noch jemand hier frau kann man ich mit der der kann ich ja auch noch drei schuss drin das ist es dann ja hier so wie sie habe ich auch gefunden weil die waffe ist halt noch ziemlich schwach aber ich sag mal jetzt hier so für dieses bisschen da ist ja noch in ordnung aber hier vorne sollte hinlaufen sind kaputt schon hier sind sie dann alle ich höre sie schlagen oder blödes wie ich hatte ja gar nicht mehr gedacht so zack zack irgendwo hauen sie haben sie von der tür hier vorne oder was ich will die doch irgendwo vorhauen kaputt gesehen da haben sie schon geschafft die schweine ich gehe aber mal davon aus dass wir das hier schaffen ne ich wirklich mal von aus das wäre echt bitter ich das noch wir müssen hier vorne nicht nach hier schöner schuss mal freund guck hier von aus selbst das funktioniert mit der waffe von ihr das ist aber richtig gut und ich höre dich wo bist du denn hier alle was sie kaputt machen die säcke hier du ja tschüss ist der tot ist er wo ist jetzt da vorne auch erledigt wunderbar könnte ja kaum besser laufen gerade nach die murmel hier wir hätten zwar noch ein paar schuss ja los hier box den noch mal hier bei dir junge muss ja aufpassen ne alter was dir hier punkte machst wo ist der hund hier war doch eben hund ist er tot naja schon wieder hallo schüsschen lad mal nach hier hätten wir ja gottse dank noch ein bisschen puffer ne hier sind wir hier hochhüpfen ne zack zack schön aus der luft zack zack da ist er auch zäh hier der junge alter hier ist ein hund wo läufst du da nene boah das ist ein wunderbar das ist dem hund alter oh ne rücksicht auf ein lustig boah der ist echt stark hier ne dieser holzfäller typ ist jetzt tot glaub ich ja lad nach ist doch bald rum alter die ganze nacht haben wir betrieb hier gehabt das ist echt viel ich dachte das geht hier vielleicht zwei stunden oder so ne jawoll sehr schön ey wo dann blödes Viech alter so hab ich dich auch erledigt für schluss hier hab ich noch genug schluss wo dann hallo wo seid ihr hin sind sie in die ecke der hat sich angetan ne letzte runde schon wo wir uns hier verteidigt haben bis sie an der tür reingekommen sind ey hier ist echt das c junge junge ihr zwei ne hey lass das doch mal ganz das kostet eine Menge Zeug ja spring da drauf wir haben es geschafft Leute wir haben es geschafft hier ist zwar noch irgendwo jemand zugange aber wir haben es gepackt hier so Bruder das war's das war's geil ey guck mal so ein paar durch hier zusammen so ich hab da irgendwo wieder so einen blauen gesehen den hier es scheint was besonderes zu sein guck mal hier ein Buch gekriegt Geier Geier sind üblicherweise in der Wüste anzutreffen äh verletzte und sterbende Beutetiere ziehen sie an verursache zehn Prozent mehr Schaden an Geier na gut das wollte ich euch noch zeigen siehst du gut dass ich es gerade sehe pass auf ich bin mal hier in Runde gefahren ne hier ist jetzt dieses verbrannte Gebiet hier ist Wüstengebiet und hier war die Händlerin das heißt von da aus ist es gar nicht so weit in die Wüste sowie zum Schnee wir sind hier und wenn wir hier einfach mal gerade runterschießen kommen wir automatisch da in diese Region also wir sind gar nicht so schlecht könnte unser Standort könnte schlechter sein würde ich sagen gut alles klar also ich kümmere mich wie gesagt hier um den Aufbau auf die Reparaturen und freue mich euch in der nächsten Runde begrüßen zu dürfen wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein Abo da über Daumen da oben wenn ich mich auch sehr freuen und wir sehen uns dann hier an Ort und Stelle bis dahin und tschüss